Ja, das erste ist jetzt mal die Ereignisse dieser zwei Tage hier sehr gründlich aufzuarbeiten mit allen Beteiligten. Dann natürlich auch die Zeit zu nutzen, um das Rückspiel entsprechend gründlich vorzubereiten. Da geht es um ganz viele verschiedene Dinge. Also so wie wir erwarten, dass der Gastgeber, wenn wir irgendwo spielen, professionell vorbereitet ist, gilt es natürlich auch für uns, es professionell vorzubereiten. Aber es gilt hier auch mal, hier sind zweieinhalbtausend Leute unterwegs gewesen, um dieses Spiel hier zu sehen. Und viele haben, es gibt welche, die es gar nicht gesehen haben, so ist mein Kenntnisstand sogar. Und andere haben die Hälfte davon gesehen und haben es unter Umständen erleben müssen, die eigentlich nicht zumutbar sind. Und darüber werden wir sprechen müssen mit dem Veranstalter, mit dem Stadionbetreiber, mit dem gastgebenden Verein, mit der UEFA. So kann es nicht funktionieren.